Wir haben eine ordentliche Mannschaft, die kann auch gegen die Regionalliga bestehen, das haben wir heute gesehen. Erst zehn Minuten haben wir schlecht gespielt, die letzten zehn Minuten haben wir schlecht gespielt, da waren wir zu weit weg von den Leuten. Aber insgesamt gesehen haben wir ein ordentliches Spiel gemacht, haben dann auch gewonnen. Für die Liga bedeutet 9. Platz im Moment, gibt das einen Aufschub? Gar nichts. Ich freue mich, wenn wir verlieren, dann kann ich härter trainieren. Aber heute haben wir gewonnen, muss ich den Jungs am Tag freigeben, also wir haben morgen frei. Diese Spiele in der Vorbereitung, die sind nicht so wichtig. Da muss man sich als Mannschaft finden, da ist das Ergebnis zweitrangig. Und wie ist das Ziel überhaupt jetzt für die? Wir wollen im Pokal versuchen, auch Alt-Lienicke zu schlagen und in der Meisterschaft wollen wir noch gucken, wie weit wir nach oben kommen, so hoch wie möglich.